es ist es ist vor messen hey dr die kann ich ihnen noch was gutes tun kein problem ich komme mich sofort rum hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video part in sachen umbau an der super und ich glaube das video erscheint auch nach der s motorshow erst oder kann sein kann sein kann aber auch kann auch gerade das sein dass das gratis motorshow läuft wenn dann habt ihr es vielleicht schon gesehen in live wenn ihr nicht da wart und die motorshow gerade noch läuft dann schleunigst karten kaufen und uns besuchen alle fünf stand a 43 falls ihr da nicht seid oder das video später kommt dann müsst ihr jetzt genau zuschauen denn es geht um einen maxon spoiler kit für diese supra das haben wir schon hier so schön hingelegt dieses kit besteht aus front spoiler heckscheibendiffusor dann einmal eine kleine spoiler lüppel für den ducktail dann gibt es natürlich die seitenschweller und noch kurze kleinen heck ansätze für die ecken hinter der stoßstange ja das ganze wie immer in gewohnter sehr geiler qualität von maxon und auch eigentlich easy zu montieren montage material gibt es dabei wenn ihr das aber lieber einfach machen fachmann machen wollte ich meine so ein front spoiler wenn der mal irgendwann bei 200 abfliegt oder sowas dann kommt lieber zu uns ansonsten schaut jetzt einfach mal den bobby auf über die schulter denn der montiert das ganze jetzt er hat es mich schon bei der anderen auch gemacht und weiß ja wie es geht und ich kümmere mich um die anderen autos für die messe viel spaß beim video ich Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.